Kaspar David Friedrich, der Mönch am Meer Und sendest du auch vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht. Dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen, das unerforschliche Jenseits. Jenseits, das ist der Ort, an den Kaspar David Friedrich viele seiner Liebsten verloren hat. Einer seiner Brüder, Johann Christopher, ließ sein Leben, um ihn zu retten. Als beide Jungen ungefähr zwischen 12 und 14 Jahre alt waren, gingen sie Schlittschuhlaufen. Kaspar David brach auf dem Eis ein, sein Bruder rettete ihn, überlebte aber nicht. Nun, 1808, im Entstehungsjahr des Bildes, muss der Maler auch seine geliebte Schwester Dorothea ziehen lassen. Nur vier der insgesamt neun Geschwister leben noch, auch die Mutter ist schon lange tot. Der Vater, Adolf Gottlieb Friedrich, stirbt kein Jahr später. Wie verkraftet das ein Mensch? Was gibt einem Menschen Halt? Kaspar David Friedrich war ein Gläubiger, ein zutiefst natur- und heimatverbundener Mensch, der die Landschaften Deutschlands oft zu Fuß ergründete und in ihnen Halt fand. Mit Frauen hatte Friedrich so seine Probleme, heiratete spät, bekam dann auch Kinder. Seine Bilder zeugen oft von einer Naturromantik, der Bedeutungslosigkeit des Menschen im großen Kreislauf des Lebens. Die typischen Rückenfiguren sind Einladungen an uns, den Betrachter, zur Identifikation, aber auch ein Ausdruck der absoluten Austauschbarkeit des Einzelnen. Dieses Werk drückt diese Aussage in Reinform aus. An einem undefinierten Strand, vielleicht an der Ostsee, aber eigentlich überall, spüren wir den rauen Wind. Wir hören schon die Möwen schreien. In der Ferne verdunkelt sich der Himmel. Das Meer ist fast schwarz. Der Bildausschnitt wirkt beliebig. Rechts und links an den Rändern könnte es ewig so weitergehen. Einzig und allein ein am Strand stehender Mensch, in einen langen Mantel gehüllt, durchbricht die Horizontalen. Er hat die Hände andächtig, vielleicht zum Gebet, gefaltet. Dieser Mensch macht aus einem, ohne ihn fast abstrakt wirkenden Gemälde, ein zutiefst meditatives. Entfernt man den Menschen aus der Szene, wird das Bildthema abstrakter und wirkt fast modern. In dem Mann ist nicht unbedingt ein Mönch gemeint, wie der offizielle Bildtitel uns vorgaukelt. Es ist selten, aber zu diesem Werk hat sich Friedrich selbst geäußert und spricht in Briefen lediglich von einem Mann. Das eingangs gewählte Zitat entstammt ebenso dieser Zeit und bezeugt Friedrichs Beschäftigung mit dem Leben und Sterben. Auch der hier dargestellte Mensch könnte sogleich von der Zeit weggewischt werden. Der Strand, das Meer, der Himmel, sie würden keine Notiz davon nehmen. Eine neue Generation von Möwen würde die ewig gleichen Schrei loslassen. Dieses Werk ist mit seinem Pendant zu verstehen, mit welchem es bei der Berliner Akademieausstellung im Herbst 1810 zu sehen war, der Abtei im Eichenwald. Beide Werke haben identische Maße. Auf diesem Bild ist eine Gruppe Mönche bei einer Prozession zu sehen. Dem Sarg folgend führt der Blick ins Bildinnere, wo das offene Ruinenportal die Männer auf dem Klosterfriedhof führt. Friedrich selbst beschreibt in einem Brief Inwiefern beide Bilder inhaltlich aufeinander bezogen werden können, ist Gegenstand der Forschung. Es könnte sein, dass sie sich zeitlich aufeinander beziehen. Womöglich ist in dem Sarg unser Mann am Meer zu sehen. Bei der Ausstellung waren die Reaktionen gemischt. Die Sehgewohnheiten wurden einerseits sehr irritiert, wie viele zeitgenössische Zeugnisse belegen. Helene von Kügelgen beispielsweise sagte, Andererseits berührten die Motive unweigerlich viele Betrachter sehr tief. Karl Gustav Karus beschrieb das Werk 1825 als Damals wie heute ruft das Gemälde eine tiefe Wehmut und Sehnsucht in vielen Betrachtern hervor, weshalb der Mönch am Meer zu den berühmtesten und beliebtesten Gemälden Friedrichs zählt. Auf Drängen des 15-jährigen Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen erwarb der preußische König bei der Ausstellung das Werk. Durch diese Anerkennung gelang auch Friedrich zu einer hohen Reputation, welche auch positiven Einfluss darauf hatte, dass er am 12. November 1810, also kurz nach der Ausstellung, von der Berliner Akademie zum Mitglied ernannt wurde.